Warum ruft die denn jetzt Shenlong? Was ist da los? Cause poor Rewind Kampf, besiege alle Gegner. Oh, hi Freeza! Oh, hi Cell! Oh, hi Majin Bu! Wir sind die Blue Man Group, äh, Lila Man Group. Was, ich alleine gegen alle drei? Das ist ein夢. Das ist was, aber es ist ein夢, aber es ist ein夢. Ich brauche erstmal... Aua, Aua, Aua... Das ist ein bisschen unfair, kann das sein? So, einer nach dem anderen hier. Erstmal ist euer Kumpel dran. Hier bin ich. Hey, Son Goku. Schön, dass du da bist. Gut, zwei gegen drei. Das würde doch jetzt begehen. So, Freeza haben wir ja schon ein bisschen vorgepatcht. Dafür macht er wieder seinen Genugel-Kamehameha. So, San Goku hält das, denke ich mal, ganz gut. So, das sieht gut aus. Warum geht der... Wem ist der Baum da nicht weg? Oh, wow. So, Kid Buu ist gleich Geschichte. So, San Goku sei gehört nur dir. Nein, mußte zu den Umановernisieren. Also, den Birthday Ich keine Durchs-Kamehamehaaten. Okay, das ist noch 힘들. Nun müssen wir wissen, right Nos Mai Anyways es im eaten gefühlt Aah Enken. Wenn ein Mensch Ja, zurecht. So. Und schau, ist das so. Legt mich hin und schlacht in der Grunde. Jetzt bist du dran, Sal. Heute schon zum dritten Mal, dass er gegen dich kämpft. Oder? Ja, zum dritten Mal. Langsam nervst du. Ja, schön. Für dein schönes, wie deine Schüttelt. Ja, das ist ja voll die gute Vorlage gewesen. Ja, ich bin glücklich. Ja, ich bin glücklich. Und schützt. Eieieiße, du bist nur noch im Spielball. Aua. Das war dumm von dir. So, Zelda ist auch gleich Geschichte. Ich will keine Kapsel noch für dich verwenden. Ich will keine Kapsel noch für dich verwenden. Warum ist das eine Formküge? So, machen wir einen Ender. Boots. Was zum Teufel. Okay, ich muss mal kurz. Eieiei, Leute. Wacht auf! Ihr seid nicht. Kommt gegen. Was zum Teufel war das denn für eine Technik? Jetzt reicht es, du dämlicher Flomi. Da ist noch kein Tipp. Hä, was ist denn mit denen denn los? Jetzt reicht es aber mir langsam. Mit einer Pingpong-Attacke. Du hast die wohl nicht mehr alle. Da sind wir nicht mehr alle. Da sind wir nicht mehr alle. Ja. ARD Text im Auftrag von Funk Oh, oh, Sanzuku sieht nicht sehr gut aus. Wir müssen uns ein bisschen beeinen mit Gotenks. Oh, 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 oh. Oh, Sanzuku, ich bin gleich bei dir. Oh, Sanzuku ist schon mit einem dreifachen Super Saiyan. Oh, 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 oh. Oh, Sanzu an. Alter, noch außer Luft rausgefischt. Ei, 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 ihr seid echt hartnötig. Echt? jenny Oとうさん, すみません! 彼女に勝っていく! 狩りしろごはん! 魔術なんかに負けんな! ごはんさんは、ドリンベロの魔術と戦ってる! 頑張れごはんさん! もう少しで洗脳が溶けますよ! Wir kämpfen aber auch echt merkwürdig. Komm hoch. Alter, nicht diese scheiß Kommentar... Ah, verdammt. Ich wurde verlangsamt. Verdammt. Ich kann nichts mehr machen. Okay, weh geht er. Jetzt nur noch jetzt. Was? Wuppertal? Was hat denn jetzt Wuppertal mit diesem Kampf zu tun? Egal. Ich seh nichts. Diese Bäume, ne? Verdammt, jetzt komm. Alter, ich hasse du. Was hat das genug gemacht? Nein! Nein! Ah, nee, 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 nee. So gut, wenigstens sind wir in Level aufgeschrieben. Gut. Gut. Das war ein sehr netter Kampf, muss ich sagen. Ei, 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 ei. Ganz knapp. Ganz knapp. Gut, dann machen wir folgendermaßen. Dann rüste ich mich nochmal aus. Ach, ist schon perfekt. Dann boosten wir noch unsere Attribute. Grundangriff, stark, super stark. Dann sind wir für den nächsten Kampf gestärkt. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Kampf in Dragon Ball Xenoveris. Bis dann, ciao.